Für mich bereitet der Tod an sich nichts Furchtbares oder nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Ich bin in Ostrol auf einem Bauernhof in einem Gebirgstal aufgewachsen und da war es gang und gäbe, dass die alten Leute, die daheim gepflegt worden sind, dass die auch daheim verstorben seien. Das war einfach so. Der Tod hat zum Leben dazugehört. Er war einfach eine Lösung. Ich darf ja ein bisschen helfen. Wenn ich über die Todesfahre und Familie denke, kommen sie zu minden. Ungewiss. Trauer. Dass man aus dem Stress, den jeder immer hat, so endgültig draußen ist irgendwo. Und dann wieder eine neue Chance hat, ein neues Leben zu anfangen, ja. In one word, I think final, it's the end. End is a good term for death. Für mich war der schönste Tod, wenn ich mit einem Bier einschlapfen kann oder ein zweites dazu. Und die Leute sagen, ein netter Kerl war er, aber jetzt sind wir froh, wenn er daheim ist. Ich bin froh, wenn ich mit einem Bier einschlapfen kann. Ich bin froh. Ich bin froh.